ich hab ein schutzschild Das ist so witzig Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück Heute mit dem allerersten Gameplay-Tipp für Black Ops 6 Und ich hab's ja in meinem Review gestern schon erwähnt Tatsächlich macht mir dieses Game seit Jahren mal wieder Spaß Super viele Entscheidungen für das Gameplay sind für Spieler gemacht Und das ist so ein Ausrufezeichen von Treyarch eigentlich Jedes Mal, wenn sie ein Game machen, hat man das Gefühl, dass in erster Linie der Fun im Fokus ist Und nicht so wie bei gewissen anderen Entwicklerstudios in der COD-Franchise Grüße reden raus an die MilSim-Safe-Space-Freunde von Infinity Ward Dass man da irgendwie so Realismus reinbringen möchte Leute, wir schießen auf Leute, die wieder zurückkommen und dann schießt man wieder auf die Und dann schießt man mit Raketen aufeinander und Helikopter landen auf dem Boden Davon hat wenig was mit Realismus zu tun Dieses Jahr ist es aber so, dass in Black Ops 6 die Streak-Kosten so hoch sind für Drohne, Konterdrohne Wie, glaube ich, noch nie zuvor Was bedeutet, wenn ihr ganz casual spielt, braucht ihr länger, um eure Streaks zu erreichen Es gibt aber einen absoluten Cheat-Code Und deswegen auch der Titel von dem Video Und man muss immer, was heißt Clickbait die Arbeit Aber da muss ja was stehen, was einen interessiert, damit man draufklickt Bringt nichts, wenn ich schreibe Ich habe einen Tipp Deswegen, ihr werdet mir verzeihen, wenn es ein bisschen Clickbait hier aussieht Es ist aber so Es gibt verschiedenste Möglichkeiten für euer Loadout, wie ihr unfassbar viele Punkte sammelt Und diese Punkte werde ich euch jetzt zeigen In-Game zeigen Und dann könnt ihr eure Klassen so nacharbeiten Wenn ihr auch Bock habt Auch die High-End-Streaks Also nicht nur, wie erreicht ihr schnell eine Drohne oder Konterdrohne Sondern wie habt ihr öfter den Orbi oder das AC-130 Also falls es das Kampfflugzeug sein soll, ich weiß nicht Also es sieht so aus wie das Kampfflugzeug und wird es wahrscheinlich auch sein Oder sonst eine der hohen Streaks Denn anders als bei normalen Gamern ist es bei uns so Wir wollen mit diesen Sachen in den Runden erfolgreicher sein Es gibt aber parallel andere Gamer Für die ist so eine Runde immer Chaos Die brauchen so einen Tipp nicht Die sind schon damit überfordert, dass die Runde überhaupt startet Und die leben in einer Multiplayer-Runde im absoluten Chaos Und das ist deren Welt Dieser Tipp ist für alle eigentlich, die Bock haben Aus diesem Chaos rauszukommen und Streaks zu erreichen Denn einer der großen Unterschiede zu X-Defined ist Streaks in Call of Duty sind etwas, was positiv dafür sorgt Dass man viel, viel mehr Laune und Lust hat Weil ihr merkt, ihr kriegt extra Punkte Ihr helft eurem Team, ihr helft euch Da regnen Bomben vom Himmel, weil ihr sie gerufen habt Streaks sind in Call of Duty ein elementarer Bestandteil Und dieses Jahr ist es so einfach, die zu verdienen wie nie zuvor Dieses Jahr in Call of Duty ist das Perk-System ein bisschen ein Mix Aus etwas, was wir schon kennen und etwas, was neu hinzukommt Und wie ihr alle mit Sicherheit schon mitbekommen habt Habt ihr eben drei verschiedene Perk-Kategorien Rot, Blau und Grün Während ich persönlich eigentlich ein riesen Fan von solchen Sachen wie Gewandtheit bin und Movement Perks Die wir hier eben so wie mit Eiltempo in der roten Kategorie haben Sind die grünen Perks die Perks, die ihr auswählen wollt Damit ihr auf das Spezialisten-Perk kommt Also sobald ihr drei Perks aus einer Farbe wählt Und dann ist es auch egal, ob Dispatcher oder flinke Hände Hauptsache ein grünes Perk Erhaltet ihr ein Spezialisten-Perk Aber eben nur, wenn ihr mindestens drei Perks aus einer Kategorie wählt Und ihr seht es an dieser Klasse schon Ihr seht, ich mach hier gerade die eine DMR auf Gold Da bin ich jetzt bei 39 von 100 Headshots Den zweiten Raketenwerfer hab ich jetzt parallel dabei Weil ich den auch gerade noch auf Gold mach Dann sind die Raketenwerfer fertig Ihr seht, ich habe richtig Bock und bin im Tarnungsgrind Zu diesem Ganzen gibt es aber eben den Tipp Wie man diese Feldaufrüstung, die ihr habt Wie ihr eure Taktik-Ausrüstung und eure Perks auswählt Damit ihr für eure Kills und eure Sachen extra Punkte bekommt Und das Ganze ist relativ einfach Was die Feldaufrüstung angeht, gibt es ganz genau zwei Feldaufrüstungen Die ich euch von Herzen einfach nur empfehlen kann Und das ist einmal der Schlachtruf tatsächlich Ihr versammelt euer Team Das heißt, während ihr das aktiviert Bekommt ihr plus euer Team einen Movement Buff Was sehr, sehr geil ist und sich sehr, sehr gut anfühlt Und jeder, der als Teammate in der Nähe von euch das mit benutzt Also er braucht nur neben euch stehen Ihr aktiviert es Für jeden davon bekommt ihr extra Punkte für eure Streaks Was sehr, sehr geil ist Und die andere Option ist die Akustikverstärkung Ihr hört für einen gewissen Zeitraum Mehr Steps und lautere Steps von Gegnern Also so eine Art Wachsamkeit auf Steroiden für kurze Zeit Macht tatsächlich Spaß damit zu spielen Bekommt für jeden Kill, den ihr in dieser Zeit macht 15 XP oder 15 Punkte zu euren Scores dazu Das ist allein was Feldaufrüstung angeht Die ihr sowieso dabei habt, der Tipp Bei Taktik Ich spiele eigentlich Stim Injection Weil es mir hilft, in brenzlichen Situationen nochmal davon zu kommen Aber ihr könnt es auch anders machen Und zwar könnt ihr bei dem Ganzen hier die Täuschgranaten dazu nehmen Ihr braucht diese Täuschgranaten nur in der Nähe von irgendjemandem werfen Von einem Spawn, von Gegnern Jeder Teammate und ihr Der in der Nähe von so einer Täuschgranate jemanden killt Bekommt ihr 15 extra Punkte für eure Streaks Das heißt, ihr braucht nicht mal in der Nähe davon sein Werft das Ding Richtung b Zwei Stück, die Dinger werden nicht kaputt gemacht Und wenn bei B drei oder vier oder fünf Teammates ein Kill machen Seid ihr mal eben bei 75 bis 100 Extra Score für eure Streaks Was bedeutet, ihr seid gar nicht aktiv dabei Und habt trotzdem den Extra Score Und dann kommt das Allerwichtigste Und das sind die Perks bei euch Ich habe ja gesagt, drei Grüne solltet ihr nehmen Damit ihr das Spezialisten-Strategen-Berg bekommt Und was da steht Punktebonus für Ziele und das Zerstören feindlicher Ausrüstung Macht Ausrüstung durch Wände sichtbar, setzt Ausrüstung und Feldaufrüstung schneller ein Das Wichtigste hierbei ist der Punktebonus für Ziele und das Zerstören feindlicher Ausrüstung Sobald ihr in Herrschaft eine Flagge einnehmt, bekommt ihr Extrabonus Sobald ihr in Herrschaft jemanden auf einer Flagge killt, kriegt ihr Extrabonus Sobald ihr in Kill Confirmed eine der Marken bestätigt, bekommt ihr zu den XP für den Kill Zu den XP für die Marke, die ihr einnehmt, nochmal 50 Extra Score Nur für die Marke, nur weil ihr das Perk ausgerüstet habt Das heißt, ihr habt manchmal für einen ganz normalen Kill in Abschluss bestätigt 250 Punkte für eure Streaks Und wenn ihr mal guckt, was eure Streaks so kosten im Schnitt bei Punkteserien Die Drohne kostet 600 Punkte Ihr habt also, wenn ihr jetzt Dispatcher ausrüstet, das kommt gleich dazu Mit einem Kill in Abschluss bestätigt Unter Umständen die Hälfte der Punkte, die ihr für eure Drohne braucht Das heißt, ihr könnt mit den richtigen Perks und einmal auf die Flagge oder auf die Marke gehen 250 Punkte, also einen Kill von zwei holen für die Drohne Und ich persönlich spiele Drohne, Konterdrohne und Harp Denn bei Drohne und Konterdrohne bekommt ihr für jeden Kill mit diesen Perks 15 Punkte wieder zusätzlich, während sie aktiv sind Und Leute getötet werden Während eure Drohne aktiv ist, während eure Konterdrohne aktiv ist Es ist unglaublich, wie sich allein durch diese beiden Perks Eure Punkte multiplizieren, während ihr die Runde ganz normal spielt Und jetzt kommen wir dann zu den Perks Hier habt ihr die Wahl zwischen Splitterschutzweste und Taktikmaske Ich bin der Meinung, der Nade-Spam ist extrem, deswegen habe ich Splitterschutzweste Als Perk hier Flinke Hände, schnellerer Waffenwechsel Finde ich ehrlich gesagt ziemlich unnötig Ist leider kein flinke Hände Das fehlt mir ein bisschen, auch wenn wir die Aufsatzvarianten als Magazine haben Dispatcher Reduzierte Punktekosten für nicht tödliche Punkteserien Verstärkt Finanzierung Durch Dispatcher braucht ihr, was die Drohne und die Konterdrohne angeht Eiskalt einfach 100 Punkte und 150 Punkte weniger Das ist ein riesiger Unterschied Was bedeutet, ihr zirkelt eure große Streak Allein dadurch, dass ihr mit 2 oder auch 3 Kills Vielleicht mit einer Flagge wie B oder C einnehmt Habt ihr die beiden schon Aktiviert ihr die, bekommt ihr für jeden Kill 30 Punkte zusätzlich zu eurer Streak Das heißt, von 700 wollt ihr nochmal 750 dazu haben Ihr könnt den Harp mit 3 oder 4 weiteren Kills und ein paar Assist Punkten durch die Drohne bereits haben Das heißt, den Harp habt ihr manchmal mit 6, 7 Kills Was extrem schnell geht Dazu Behüter ist für mich das einzige, was Sinn macht Schnellere Heilung beim Erobern und Halten von Zielen Belebt gefallene Teamkameraden wieder Das Wiederbeleben ist für mich relativ egal Aber es macht einen Unterschied, wenn ihr eh auf die Flaggen gehen wollt Objective Play ist in Herrschaft, Stellung, Marken einsammeln, Abschuss bestätigt Unglaublich wichtig Und es hilft dabei, dass eure Health Gen, also eure Gesundheit schnell wieder regeneriert wird Quartiermeister ist, die Ausrüstungsnutzung wird wieder aufgesorgt Braucht man nicht Logistika ist auch okay für 2 Feldaufrüstungen Aber braucht man meiner Meinung nach auch nicht Kann man eher machen, wenn man irgendwie Vorräte mit einer Bommel platzieren will Kann man also mehr oder weniger ignorieren Dazu kommt, und das ist noch der letzte Tipp Bei denen hier habt ihr Perk-Greed, Extra-Gear Das hatten wir schon in Cold War Mit Extra-Gear könnt ihr ein zusätzliches Extra ausrüsten Also ein zusätzliches Perk Jetzt seid ihr ja eigentlich auf diese 3 Perks beschränkt Es gibt aber noch ein Perk Und zwar Geldmittel Was euch ermöglicht, noch weniger Punkte für eure Streaks zu brauchen Und wenn ihr das nämlich ausrüstet, könnt ihr ein 4 Perk ausrüsten Ihr braucht kein weiteres grünes ausrüsten Um den Bonus hier unten zu bekommen Und da ist meine dicke Empfehlung Geldmittel Ihr braucht jedes Leben beginnt mit 150 Punkten für die Punkteserien Was bedeutet, zu all diesen Perks Zu der Täuschgranate, der Akustikverstärkung Bekommt ihr noch 150 weitere Punkte geschenkt Auf dem Weg zu euren Streaks Was bei der Drohne bedeutet Ihr braucht von Anfang an Nur 450 Punkte für die Drohne Macht ihr in Herrschaften jetzt noch die C-Flagge, die ihr einnehmt Braucht ihr nur noch 400 Macht ihr einen Kill Euer erster Kill in der Runde Bei der Nähe der Flagge Seid ihr schon bei 150 Punkten nur noch, die ihr braucht Das ist absolut insane Wie schnell man damit die ganze Zeit Perks zusammensammelt Andere Alternative Ihr könnt sogar Attentäter nehmen Wenn ihr sagt, ihr wollt es ein bisschen anders machen Attentäter sagt Feinde mit einer Abschuss hier erhalten eine einzelne Minikartenmarkierung Den könnt ihr sogar live auf der Minikarte tracken tatsächlich Und lassen beim Tod dann Kopfgeldpakete fallen Wenn ihr also jemanden Abschuss bestätigt tötet Und das Maximale, was ihr bekommt Wenn ihr dieses Paket einsammelt Was direkt auf seiner Leiche liegt, sind 6 Kills Ist das Maximale, was euch belohnt wird Also wenn ihr auf einer 10er Streak ist, macht es keinen Unterschied zur 6er Streak Ist 300 Punkte Ihr bekommt 50 Punkte für die Marke Ihr bekommt, ich glaube, 75 für den Kill Ihr bekommt 50 extra durch Dispatcher Ihr bekommt nochmal diese 300 Punkte Weil er auf einer Killstreak war Das heißt, ihr könnt unter Umständen Mit einem Kill eure Drohne verdienen Absolut insane Wie viele Perks es dieses Jahr gibt, die einem ermöglichen Einfach und schnell die Streaks zu erreichen Und welche Streaks man dann am Ende nimmt Das ist natürlich jedem selbst überlassen Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen Ich spiele aus diesem Grund Weil es einfach unfassbar Fun macht Mit wenig Aufwand viel Streaks zu erreichen Nur die Grünen aktuell Vielleicht werde ich mal zwischendurch switchen Je nachdem, was für eine Waffe das ist Und wenn ihr euch das mal anguckt Konterdrohne und Drohne ist das mit Abstand Meist gespielte bei mir Was mittlerweile schon mit einem Diamantabzeichen versehen ist Einfach, weil ich es so oft habe Und dazu kommt jetzt der Harp Der sich gerade anschickt Dass ich den 28 Mal Dass ich den auch auf Gold spiele Also ihr seht es Ich spiele keine anderen Perks Weil meiner Meinung nach sind das die geilsten Perks Damit ich besser Runden spielen kann Und damit ihr mehr Fun habt Leute, es ist so easy Das ist auch wirklich sehr, sehr spielerfreundlich gemacht Weil die einen können die Drohnen rufen Und die Konterdrohnen und die Orbis Die anderen können sie mit Raketenwerfern abschießen Alle profitieren, alle haben Fun Und das Wichtigste an einem Call of Duty Für mich heutzutage ist einfach Dass jeder Spieler, der in das Game reingeht Spaß haben kann, Fun haben kann Und wenn man Streaks einfach erreichen kann Mit den Perk-Auswahlen, die man eben trifft Gibt es meiner Meinung nach Überhaupt nichts, was dagegen spricht Die einfachsten Modi dafür Abschuss bestätigt Stellung Herrschaft TDM eignet sich nicht ganz so Weil ihr keine Objectives habt Weil ihr keine Marken habt Und deswegen Wenn ihr in diesem Modi unterwegs seid Mit 2-3 Kills Könnt ihr eure ganzen Streaks erreichen Ich hoffe, das hat euch gefallen Ihr habt Fun dabei Lasst noch andere Tipps da Und bis zum nächsten Video Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal